Seid mir gegrüßt zu einem Kanal-Update. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr, aber ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mit euch ein wenig über die Zukunft dieses Projekts Eternal Screen zu quatschen. Wie talkst du eigentlich mit mir, Vater? Du attackst mich hier von der Side of Life. Und da ich eure Zeit respektiere, ich habe das Ganze auch mit Kapitelmarken versehen, das heißt, wenn jetzt ein Punkt dabei ist, den ihr so gar nicht hören möchtet, dann könnt ihr auch einfach weiter springen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ihr dranbleibt und mir ein wenig Gehör schenkt. Eins vorweg, ich bin so zufrieden mit diesem Projekt. Es entwickelt sich und ich kann es manchmal gar nicht glauben, wie gut das Ganze läuft und freue mich über jeden, der hier abonniert und der das Projekt unterstützt, indem er die Videoschau teilt und kommentiert. Es macht wahnsinnig viel Spaß und jetzt muss man sagen, dass dieses Wachstum natürlich auch Möglichkeiten schafft. Ich habe jetzt die Möglichkeiten, Kanalmitgliedschaften anzustellen und habe die schon ein bisschen länger, habe aber lange, lange, lange darüber nachgedacht, ob ich das mache. Fühlte sich erst nicht wirklich gut an, aber je länger ich mit dem Gedanken nachgegangen bin, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass ich es zumindest mal ausprobieren möchte. Das heißt, wer das Projekt jetzt über den üblichen Weg hinaus unterstützen möchte, kann das tun, indem er Mitglied wird. Das heißt, es gibt eine Stufe und dann habt ihr alle Vorteile auch freigeschaltet. Und das ist mir wichtig, denn ich möchte euch auch ein bisschen was zurückgeben und nicht einfach nur Geld bekommen. Geld, 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 Geld. Oha! Das ist mir, ist nicht mein Anspruch, den ich an mein Tun habe. Vorteile für euch sind unter anderem zwei Tage eher Zugriff auf Videos zu bekommen, also das Montagsvideo. Und es gibt so einen Live-Chat-Vorteil, da bitte aber selbst nochmal nachlesen. Für mich und vielleicht auch für euch interessanter sind verschiedene Ideen und Projekte, die ich teilweise schon im Mitgliederbereich umgesetzt habe und für die Zukunft am Planen bin. Fangen wir mit dem an, was schon da ist und was ihr direkt euch anschauen könnt, wenn ihr Mitglied werden solltet. Und das wäre das Pen & Paper Rollenspiel Willow Harbor. Das habe ich entwickelt und mit Freunden in den letzten Jahren aufgenommen. Ähnlich wie in einer Fernsehserie gibt es da Staffeln und Episoden und ich möchte die mit euch teilen. Ich habe aber nicht einfach nur unsere Runde aufgenommen, sondern ich habe in der Staffel 1 beispielsweise ein komplettes Hörspiel draus gemacht. Es gibt zu gewissen Schlüssel-Szenen Videos, es gibt Audio-Einspieler darüber hinaus, von Dokumenten, Grafik-Einblendungen und auch hier der MPC ist zu sehen. Und ich glaube, das hat eine echt gute Produktion abbekommen, gerade wenn man bedenkt, dass wir hier doch alle Laien sind. Und ja, nach und nach würde ich euch Mitgliedern, euch Potenziellen diese Pen & Paper Runde zur Verfügung stellen. Und dann habt ihr prinzipiell so eine Art Hörspiel-TV-Serie, die ihr bekommt. Denn ab Staffel 2 wurde die ganze Runde dann auch mit Video aufgenommen. Also ich finde, man kann sich das geben, wenn man vor allen Dingen Fan der Serie Twin Peaks oder Akte X ist, also gerade so Mystery-Thriller mit einem ordentlich skurrilen Einschlag. Ich glaube, das kann schon was für einen sein. Ich weiß, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Retro zu tun, aber ich kann mir vorstellen, dass die Schnittmenge da draußen an Fans von Pen & Paper Rollenspielen und solchen Szenarien gar nicht mal so gering ist. Ein weiterer Punkt wäre da ein Livestream-Archiv, das ich gerne für die Mitglieder zur Verfügung stellen würde. Bedeutet nicht, dass die Leute, die nicht Mitglied sind, keine Livestreams mehr sehen können. Im Gegenteil, die Livestreams werden ganz normal laufen und auch eine gewisse Zeit im Kanal erhalten bleiben, wandern dann aber nach sieben Tagen zurück zu den Mitgliedern. Oh, okay. Mit Ausnahme der C64-Teile, also ich habe ja mal angefangen, mir alle C64-Spiele aufzunehmen und anzuschauen. Also ich gucke mir ein Video von allen C64-Spielen an und kommentiere diese dann. Das möchte ich schon öffentlich halten, weil ich habe damit angefangen und dann möchte ich es da auch zu Ende bringen. Ich bin beruflich gerade noch sehr eingespannt. Ich hoffe, dass sich das Anfang nächsten Jahres ein bisschen ändert oder weniger wird. Und dann möchte ich regelmäßige Livestreams machen, aber anders als ihr das vielleicht so von dem Streamer da draußen kennt. Ich bin ein Kind der 80er und frühen 90er Jahre. Ich liebe TV-Shows noch, das Konzept an der TV-Show und möchte gerne so eine Art Themenshow machen. Vielleicht wie so ein Computer-Club. Man hat so ein Setting und geht zum anderen. Vielleicht baue ich hier nochmal ein zweites Set auf. Ich weiß es noch nicht. Aber das wäre so mein Traum über kurz oder lang. Und dann würde man die Show öffentlich senden. Das heißt sieben Tage auf dem ganz normalen Kanal laufen. Aber dann haben wir ein Archiv im Mitgliederbereich und dann können Mitglieder da jederzeit drauf zugreifen. So meine Überlegung bis hierhin. Dann habe ich ja damit angefangen, das Mitglieder-Special hochzuladen. Beziehungsweise wir haben einen Teil der Spiele, die man gespielt haben muss. Besehend auf dem Buch von Gregor Katsius. Ich bin gerade dabei, den zweiten Teil zu schneiden. Das ist viel Arbeit und dauert ein bisschen. Aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zwei Wochen da auch den zweiten Teil auf dem Kanal zu sehen bekommen. Kommt natürlich auch noch ein dritter und ein vierter. Aber Zeit ist, wie gesagt, auch endlich. Dann freue ich mich schon auf eine Retro-Konsole, die im November erscheint. Eine sehr kleine, schwarze mit bunten Streifen. Und ich verspreche euch, es wird zeitnah dazu ein Video geben. Wir werden uns die genau anschauen. Und das ist es auch schon. Ja, das sind die Neuigkeiten auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, unterstützt das Projekt über die Mitgliedschaft. Wenn nicht, ist das auch völlig fein. Ich mache weiter. Ihr macht weiter. Ich sage jetzt mal, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.